Naja, fahr'n wir mal. Die enemies, it's just above our field. Ja, beide Speedies. Zwei Speedies hier, direkt über dem Platz, oh toll. Na ja gut, ich geh mal wieder runter, ich möchte nicht unbedingt wieder reinsteigen. Oh ja, ich komm wieder runter, krass, ja. Ach, das rechte, ob man oben ist oder unten ist, dann auch egal, dann lieber runter. 309 hol'n? Na, wenn du willst. Ich hab da kein Problem eben gerade mit. Was, ihr wollt euch jetzt noch eine 109 holen? Ne, ihr kennt's halt jetzt noch gar nicht gestartet. Oh, die Speedies kommen runter, aber jetzt ist die Speedies da oben oder jetzt ist es schon die 109? Ja, jetzt eine 109 geht jetzt die Speedies, glaub' ich, an. Ja, ja, und die Speedies gibt es für mich, die, glaub' ich. Ja, die geht, oder? Oder lässt sie ab? Die sind beide gerade irgendwie unentschlossen hintereinander in Alisa. Ich bin jetzt direkt am Flugplatz auf Halo 10 oder was. Ja, die gehen jetzt 110er an hier, eine in Alisa in der Platzwunde. Ja. Okay, ich geh mal auf die hochsteigende. Die ist dann bald, denke ich. Hab einer den Motor ausgeschossen. Direkt head-on. Ja, leider nicht. Leider nicht. Die ist kaputt durch Karaya. Die andere kommt kurz vorsichtig, hängt sie. Könnt ihr sich ja nicht dranhängen, wenn wir nicht mehr erleichtern? Nein, 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 das bin ich nicht. Ich seh sie, ich seh sie, ich seh sie. Okay, ich geh nochmal draus, stopp. Ah, das ist falsch. Irgendwer ist schon dahinter? Ne, doch nicht. Die schwingt auf eine 110 Grad ab. Ja. Die schwingt auf mich ab. Ne? Nein, danke. Ja, Peter war vorbei. Oh! Oh ja, ne, der hat mir... Der hat mir Treffer mitgegeben, ich muss gleich dann wieder landen. Okay. Gott, hier gibt's nur eine E4 Lade, ey, so ne Scheiße. Da hat er wieder einer gebaut, der keine Ahnung hat. Nicht aufregen. Die 109 hängt an der Spiti dran, 209er hab ich gesagt. Ey, ich muss dann... Ich versuch nochmal ranzugehen. Ja, ich sieh's auch. Na, ach, alles daneben ist im Nektar. So, das geht hier los. Oh oh. Ich werf meine Bomben ab. Muss dann sowieso nochmal landen dann. Ja, das ist clever, genau. Vorsicht, er geht jetzt nochmal eine 110 an, ja. Ich bin dahinter. Ja, ich seh's. Kommt dann hinter dir mit ein bisschen Abstand. Und der 109 ist hinter dir. Ich hoffe mal, der macht ja nix. Boah, ich eier hier durch die Gegend. Hm? Hat er grad Treffer bekommen? Ja, von mir. Schön. Boah, die Flakke ist heftig, die könnte mich fast wegrotzen. Vorsicht, wenn du da so nahe dahinter bist. Die 109 ist vor dir. Auf, Vorsicht. Ja, der geht rein. Oh, der geht rein. Ist drin, sehr schön. Kannst du die, kannst du Rostich... Do you have lost planes? Ja, kannst du Rostich sagen, ich geh jetzt praktisch schnell landen noch. Okay, zwei Sarko in der Luft. Ich mach schnell eine Bauchlandung und werd dann direkt eine neue Maschine nehmen. Ja. Ja.